Das Dietiken wird immer beliebter. Da will jeder herkommen. Wieso eigentlich? Weil das Verkehrstechnisch gut erschlossen ist. Hä? Man kommt gut her. Wir haben zwei Bahnen und drei Autobahnanschlüsse. Ich verstehe sie nicht. Und jetzt bauen sie sogar die Limentalbahn her, damit man noch besser herkommt. Was haben Sie gesagt? Dietiken hat durchaus auch schöne Seiten. Was ist schön? Ja, Dietiken. Man ist z.B. schnell im Grünen draussen. Schauen Sie sich das jetzt mal an. Wahnsinn! Nein! Mögen Sie jetzt gerade da? Bruno, gehst du ihnen sagen? Ja, ist gut. Hey! Das ist Dietiken. Es hält dich um. Hää? Uhhh! Hää? Hää? Es ist nicht cru, Vielen Dank.